Fermentiertes Gemüse ist ein wahrer Segen für den Darm, seht hier in dem Video warum. Ja ich werde ganz häufig gefragt, sag mal kennst du nicht irgendwie ein gutes Probiotikum, was man jetzt nehmen kann, mein Darm geht es nicht so gut, ich brauche glaube ich Darmbakterien, was kann ich da machen und es hat sich über die letzten Monate für mich privat, persönlich, aber auch in der Praxis eine Antwort herauskristallisierten, das heißt fermentiertes Gemüse. Fermentiertes Gemüse ist ein unglaublich wertvolles Lebensmittel, das denkt man gar nicht. Es ist in unserer Kultur ziemlich zurückgegangen Gemüse zu fermentieren, das war eine Möglichkeit, früher als es noch keine Kühlschränke gab, um Gemüse haltbarer zu machen, aber dieses Wissen ist über die Zeit immer mehr und mehr verloren gegangen. Viele von uns kennen das Sauerkraut, aber Sauerkraut so bis heute gekauft und angewendet wird, ist eben nicht mehr das, was es mal war, denn es muss echt und original fermentiert sein und sollte nicht in Gläser verpackt sein, wo es dann ultra hoch erhitzt wird zum Konservieren, weil dann ist alles, was da drin lebendig ist, tot. Aber was ist eigentlich fermentieren und was ist das Besondere daran? Fermentieren ist ein Prozess, eine milchsaure Vergärung. Dieser Prozess findet unter Ausschluss von Sauerstoff statt. Wenn Sauerstoff dabei ist, dann gibt es Schimmel, dann vergammeln und verschimmeln oder faulen die Lebensmittel. Wenn aber Sauerstoff ausgeschlossen wird, dann entsteht etwas Wunderbares, es gibt die sogenannte Fermentation, das machen Milchsäure Bakterien. Milchsäure Bakterien sind sogenannte Anaerober, das heißt, die brauchen keinen Sauerstoff, ganz im Gegenteil, Sauerstoff tut denen gar nicht gut und das ist spannenderweise auch, das sind spannenderweise auch die Bakterien in unserem Darm. Die Bakterien in unserem Darm sind auch anaerobe Bakterien und haben eben den Vorteil, dass sie für uns die Verdauung machen, dass sie uns bei der Verdauung helfen und dafür sorgen, dass wir ein gutes Darmmilieu haben. Jetzt ist es so, diese Milchsäure Vergärung im Lebensmittel, vor allem im Gemüse, hat den Vorteil, dass diese Milchsäure Bakterien sich anreichern, dass es immer mehr und mehr werden. Die Milchsäure Bakterien sorgen dafür, dass bestimmte Stoffe aus dem Gemüse wie Kohlehydrate oder bestimmte Faserstoffe oder bestimmte Elemente wie Spurenelemente zersetzt werden und umgewandelt werden zu etwas noch viel besseren. Also das, was eh schon gut ist im Lebensmittel, wird noch besser gemacht und gleichzeitig ist es so, dass die Sachen potenziert werden, das heißt ein Vitamin wird vielleicht noch besser verträglich oder ein Mineral, das im Gemüse ist, wird erstmal verfügbar gemacht, weil es uns normalerweise gar nicht verfügbar wäre. Das bedeutet, man macht aus einem normalen Lebensmittel, aus einem normalen Gemüse macht man ein absolutes Superfood und das ist natürlich genial. Gleichzeitig ist es so, dass diese Milchsäure Bakterien sich vermehren, die für uns positiven Bakterien vermehren sich und werden ganz ganz viele, also es sind Millionen von Bakterien dann in so einem Teelöffel oder Esslöffel oder einer Gabel voll von diesem Gemüse und es sind vor allen Dingen facettenreiche Bakterien. Wir haben in einem Probiotikum, das wir käuflich erwerben können, haben wir oft zwischen 8 und 12 Bakterienstämme, also mehr sind es oft nicht, von denen man denkt, dass sie gut tun für bestimmte Themen, die ein bisschen erforscht sind, aber diese ganze Erforschung der Darmbakterien, des sogenannten Mikrobioms steht immer noch in den Kinderschuhen und es gibt immer noch hunderte von Bakterien, die wir überhaupt nicht kennen. Das, was die Mikrobiomforscher sagen, wo sie sich einig sind, ist das, was wirklich die Macht unseres Mikrobioms ist, das ist das Zusammenspiel aller Bakterien und das ist eine gewachsene Gemeinschaft von Bakterien. Das heißt, wenn wir in so eine gewachsene Gemeinschaft jetzt eine Sorte Bakterien reinwerfen regelmäßig, dann kann es sein, dass wir die ganze Gemeinschaft sogar durcheinander bringen. Deswegen ist es viel besser, man bringt eine bestehende Gemeinschaft an Bakterien in den Darm und da kommen die Milchsäure Bakterien aus dem fermentierten Gemüse dazu. Also es sind zwischen 100 und 150 verschiedene Stämme in einer Milchsäure vergorenen Gemüseart drin, das ist grandios. Denkt dran, in der Tablette sind zwischen 10 und 15 und nicht 100 bis 100, 150 verschiedene. Das bedeutet, ihr habt einen riesen Vorteil vor dem Mikrobiom und wenn wir dann mal zu den gesundheitlichen Vorteilen kommen, die die solche, solche fermentierten Gemüsearten machen, das ist zum einen, dass ihr Vitamine, Mineralien, Enzyme, Probiotika, Phytonährstoffe bekommt. Ihr bekommt diese, dieses milchsaure Milieu, das heißt das gesamte Milieu wird etwas saurer, das ist gut gegen Pilze und andere Keime im Darm und ihr habt natürlich diese wertvollen Bakterien. Das wiederum hat zur Folge, dass die ganze Verdauung sich verbessert, die Aufnahme von Lebensmitteln wird besser, von Nährstoffen wird besser, die Verdauung, also das heißt Durchfall, Verstopfung verbessern sich unter Umständen, potenziell pathogene Bakterien werden verdrängt durch die Guten, das Milieu wird etwas besser, dass auch da die negativen Bakterien verschwinden. Also es ist ein riesen Zugewinn für die Verdauung. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr euch damit beschäftigt, ich werde gleich noch sagen, wie man das macht, aber wenn ihr euch beschäftigt damit, wenn ihr fermentiertes Gemüse esst, dass ihr nicht zu viel esst am Anfang, esst immer nur so eine kleine Menge, also ruhig zweimal am Tag oder einmal am Tag, aber so eine Gabel voll und wenn ihr das gut vertragt, dann nimmt am nächsten Tag gerne zwei Gabeln voll und wenn ihr das gut vertragt, könnt ihr ruhig ein bisschen mehr nehmen. Das, was wir so gewöhnt sind, wenn wir sagen, wir machen irgendwie ein Gericht mit Sauerkraut, ist oft so ein riesen Haufen Sauerkraut und das ist aber überhaupt nicht gut. Es sind viel zu viele fermentierte Gemüsearten oder fermentiertes Gemüse und das kann dann so dazu führen, dass es Blähungen gibt, weil die Bakterien natürlich unglaublich arbeiten im Darm. Und besser wäre es wirklich mit kleinen Mengen anzufangen, so dass ihr nicht aufbläht, euch unwohl fühlt, so dass ihr das regelmäßig ergänzen könnt. Ich persönlich nehme täglich fermentiertes Gemüse zu mir, manchmal einmal, manchmal zweimal am Tag und seitdem hat sich meine Verdauung echt absolut verbessert. Das Immunsystem wird gestärkt, also es sind ganz viele sehr sehr wertvolle Benefits, die ihr von dem fermentierten Gemüse bekommt. Ich spreche immer von Gemüse und nicht nur von dem Kraut, weil man eigentlich alles fermentieren kann. Es gibt keine keine Grenze, die gesetzt ist. Je nachdem was ihr mögt, ist euer Geschmack entscheidet, ihr könnt da wirklich viel experimentieren. Grundsätzlich für die Art, wie man es macht, es gibt einmal die Möglichkeit, Gemüse klein zu reiben, klein zu schneiden, mit einer Raspel oder Messer irgendwie klein zu machen und dieses Gemüse wird dann mit Salz versehen. Man gibt Salz drauf, knetet das ganz stark und wenn es dann so die Flüssigkeit verliert und so ein bisschen matschig wird, dann kommt das in ein Glas rein und dann ist wichtig, dass die, wenn die eigene Flüssigkeit nicht reicht, um das Gemüse zu überdecken, dass man noch ein bisschen Flüssigkeit nachgibt, so dass es immer schön unter Wasser steht. Dann ist ausgeschlossen, dass es verfault oder schimmelt und dann lässt man das Ganze, je nachdem wie man das mag, für 7 bis 14 Tage stehen und hat dann fertig fermentiertes Gemüse, das sich dann im Kühlschrank echt lange hält. Also teilweise mehrere Wochen könnt ihr das im Kühlschrank aufbewahren, ohne dass es vergammelt oder verschimmelt und aber wenn ihr es regelmäßig esst, geht es sowieso normalerweise schnell leer. Es gibt bestimmte Gläser, mit denen man das machen kann, die sehr einfach funktionieren. Es gibt aber alle möglichen Varianten natürlich. Ich persönlich favorisiere das ganz normale Schraubglas mit so einem Kunststoffdeckel, das ist so ein Silikondeckel, der hat so ein Luftauslass, sieht aus wie so ein kleiner Nippel und da, das ist am praktischsten, da ist es sauberes Arbeiten, da kann das, dass die Gase können da entweichen, ganz sauber, ohne dass irgendwelche Dinge passieren, ohne dass was überschwappt oder so und das finde ich natürlich absolut klasse. Es gibt aber auch die Möglichkeit anders zu fermentieren, das macht man dann, indem man grobe Stücke lässt, also größere Stücke, Karotte oder Zucchini und dann die nicht knetet mit Salz, sondern eine Salzlake einfach drüber gießt und das Ganze dann fermentieren lässt. Dazu ist allerdings wichtig, es macht Sinn, wenn ihr euch da ein bisschen informiert, ein bisschen was anschaut. Es gibt viele Tutorials online, die ihr finden können, wie man richtig fermentiert. Das ist jetzt nicht Teil dieses Videos, dass ich euch jetzt genauer How-To zeige, aber ich möchte euch verweisen auf meine lieben Freunde und Kollegen, die Maria und den Marco, die haben das Sauer macht glücklich Konzept und das ist genial. Also das habe ich auch gelernt, da habe ich das fermentieren erlernen dürfen und das ist richtig klasse, ich verlinke euch das mal in der Beschreibung. Wir haben auch hier oben den Link zu dem eigenen YouTube-Kanal von den beiden und die machen Kurse, die haben ein tolles E-Book, dort kriegt ihr den Starter-Paket und was richtig gut ist, wenn ihr noch nicht wisst, ob ihr das, ob das was für euch ist oder nicht, könnt ihr bei denen auch was bestellen. Also die haben auch einen Shop, wo ihr fermentierte Lebensmittel bestellen könnt, um das mal zu probieren. Langfristig ist es günstiger, wenn ihr das selber macht, aber zum Probieren ist es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn euch mal so ein Probierset von denen kauft und einfach mal testet, schmeckt euch das, ist es was für euch oder nicht, vertragt ihr das. Also ich kann das nur riesig warm ans Herz legen und zwar für alle, also Kind oder Erwachsener ist es für jeden wertvolle Art und dann kann man probieren, was ihr mögt, was euch schmeckt und das fermentiert ihr dann. Wir machen es selber persönlich mit der Familie so, dass wir jeden jede Woche davon essen und jeden Tag in der Woche das aufnehmen und so alle 14 Tage fermentieren wir neu. Machen neue Gläser fertig und machen meistens so drei große Gläser, die kommen dann in den Kühlschrank und dann wird dann in den Salat was reingegeben oder zum Essen was dazu gegeben oder auch mal pur gegessen und das ist echt riesengroß und ein riesen Benefit für die Gesundheit. Ich wünsche euch viel Spaß damit, liebe Grüße von mir und von der Praxis Family. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen, abonniert den Kanal oder kommt auf unsere Seite, auf unsere Website, die ist auch verlinkt in der Beschreibung und tragt euch ein für unseren Health Report und dann seid ihr immer bestens informiert. Macht's gut, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.